Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum nächsten Kampf des Tages. Wir haben jetzt Kill4214 gegen Muffin HD vor uns und wenn wir uns die Werte ansehen, können wir sehen, dass die Werte gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Denn wir haben ein ziemlich gut ausgeprägtes Spezial von Kill4214 und ein ziemlich mickriges Spezial von Muffin HD. Okay, dieser Kampf wird also wahrscheinlich nicht der spannendste, doch das sind ja die ganzen Vorrunden sowieso wahrscheinlich, bis auf drei Ausnahmen glaube ich waren das. Natürlich kenne ich die ganzen Resultate schon, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Kampf von Kill4214 und Muffin HD. Kill4214 hat Leben von 500, Schaden von 33 bis 38, damit errechnet sich die DPS von 57, Erstschlag hat davon 7, Crit 30% und eine Ausweichchance von 8%. Wir werden also nicht viele Ausweichattacken sehen, denn Muffin HD hat auch nur eine Ausweichchance von 4% und sein Leben beträgt 250, das ist die Hälfte von Kill4214. Es sieht also gar nicht mal so gut aus für Muffin, der Schaden beträgt 19 bis 20, Erstschlag 3, das heißt Kill4214 beginnt und Muffin HD hat auch ein Crit von 30% dank seiner Glückskleidung. Und die Tiere von den beiden, die bringen denen momentan gar nichts, denn hier findet er keinen Schrott und Muffin HD braucht auch die EP nicht. Gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem Kampf und gucken, was passieren wird. Kill4214 schlägt zu mit 58 Schaden, das tut richtig weh. Kill4214, äh, Muffin meine ich, konnte gerade mal mit 26, also das hier ist schon in der ersten Runde entschieden. 135 Leben bleibt dem Muffin noch und oh, Muffin versucht einen Kritischen zu landen, doch er prallt eigentlich nur am Leben seines Kontrahenten ab. Da kommt auch der Krit von Kill4214, landet der noch einen Krit, er braucht überhaupt gar keinen Krit mehr zu landen. Und hier kommt der letzte Schlag von Kill4214, das war's für Muffin HD, ein recht kurzer Kampf und spektakulär, einfach nur weil Kill4214 einfach überlegen war. Hier kommen wir zur Tabelle, hier sehen wir, Kill4214 kommt weiter, Muffin HD ist des Todes und Muffin HD, ich wünsche dir viel Glück beim nächsten Mal, das war's für dich, du bist ausgeschieden. Kill4214, als nächstes wirst du gegen Deadline antreten, ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Nächste Woche seht ihr diesen Kampf, doch, in einer Stunde kommt der nächste Kampf, dann sehen wir Double X gegen Mr. Grün. Bis dann! Kill4214, als nächstes wirst du gegen den Kampf, dann sehen wir, dass du gegen den Kampf ausgeschiedenstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstück